So, also da unten geht's weiter. Ich möchte aber jetzt noch nicht weiter. Okay, da gibt's offenbar keine Wurzel. So, drei Angriffe sind das nur noch. Oh, das war knapp. Gut gemacht, Hondi. Nein, oh. Nein. Okay, in die Richtung wollte ich sowieso. War also nichts schlimm. Oh, da ist einer. Mist. Also diese Richtung wollte ich jetzt aber nicht. Hm, da komme ich vielleicht auch noch irgendwie... Da wollte ich rein. Da will ich nämlich wieder hin, zu dieser Höhle. Da lebt ja jemand. Wasser, Wasser und Lehm. Du musst sehr schnell sein, um nicht Opfer des Treibsands zu werden. Du brauchst die Schnelligkeit des Jaguars. Das hört sich besser an, als elendig im Sand zu versinken. Der Jaguarin ist in meinem Besitz. Er macht dich zum schnellsten Lebewesen in dieser Welt. Du erhältst sie gratis, wenn du etwas bei mir kaufst. Wie kann ich dir helfen? Verkaufen erst mal. Also, wir haben drei Blätter. Dafür gibt's zehn Hundekuchen. Boah, Hundekuchen sind hier besser, als bei dem anderen. Und Nektar, einmal. 100. Uh, cool. Mein Angebot besteht auch Warten. Kauf etwas und du erhältst sie darin gratis. Einkaufen. Okay, Nektar für zwei und wir haben 492. Warum haben wir plötzlich so viel? Geil. Äh, drei Blätter. Haben wir... Elfenstab haben wir noch gar nicht. Und Hundekuchen zweimal. So, 220, 60, 150. Halt mal, mal. Elixier ist das für 20. Und Blätter für 20. Kaufen wir mal ein Elixier. So, jetzt haben wir ein Elixier. Wer hat denn den Jaguarring als mein Geschenk an dich? Jaguarring erhalten. Heute A gedrückt, um zu rennen. Achte aber auf deine Energie. Ein langer Sprint kostet viel Kraft. Ah, jetzt geht es. Cool. So, Waffenlevel möchte ich... Ist der da dabei? Nein. Alchemie. Alchemie. Was haben wir denn... Oh. Was haben wir denn da jetzt mittlerweile alles? Ähm. Okay. Öl und Wachs haben wir immer noch nicht mehr. Aber ich möchte mir den Zaber aufheben. Wir können ihn nicht oft benutzen. Nur zweimal. Und deswegen möchte ich ihn mir aufheben. Geht immer noch nichts. Fenster, Gestaltung, Tastenbelegung, Verhalten. Ach mal, das passt mir eigentlich. Befinden war es das, glaube ich. So, wir haben 472 Krallen. Geil. So, Level 5. Das gefällt mir. Magie, Abwehr 9. Abwehr 9. Angriff 25. Angriff 1 macht 22 Punkte Schaden. Geil. Oder irgendwie so. Unsere Macht steht hier gar nicht. Ist wahrscheinlich im Waffeninventar. Waffenlevel. 46. Cool. Na gut. Wisst ihr, was ich jetzt machen möchte? Ich möchte nochmal zurück. Und kaufe mir jetzt die ganzen Rüstungen. Oder? Ach, vielleicht finde ich die Rüstungen. Oder irgendwelche Rüstungen. Au. Das tat weh. Gut gemacht, Hundi. Jetzt funktioniert das plötzlich mit dem, aus dem Sand rauslaufen. Ich hätte da zuerst rein sollen. Hast du was gefunden, Hundi? Wurzel. Mist. Mist. Energie alle. Hundi erreicht Level 5. Warten wir kurz, bis das sich das schließt. So. So. Dann geht's jetzt hier weiter. Teergruben. Hast du was gefunden, Hundi? Wachs gefunden. Wachs gefunden. Wachs gefunden. Mist. Blatt gefunden. Mist daneben. Den machen wir fertig, Hundi. Gut gemacht. Noch was? Wurzel. Kristall. Cool. Oder ist dein Muskel? Oh. Drei Tropfen Öl. Ah, cool. Jetzt haben wir mehr Öl. Vielleicht sind das Ölfelder und keine Teergruben. Wachs gefunden. Ihr Lieben. So, also da ist eine Höhle. Da hat Hundi was gefunden. Wachs. 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 Au. Erwischt. Zehn Kerl ange... Geil. Daneben. Treffer. Hast du was gefunden, Hundi? Nö. Wurzel gefunden. So. Erwischt. Nochmal. Von hier oben ist das sehr viel einfacher. Hundi hat so lange eine Moskito fertig gemacht. Ja. Zwei Kristalle. Sind Kristalle eigentlich eine andere Währung? Nö. Boah, fast 600 Krallen schon, Leute. Er hat irgendwas gerochen. Nee, offenbar doch nicht. Gehen wir da mal rein. Hallo, Fremder. Aber es kommt nicht oft vor, dass ich Besuch bekomme hier draußen. Ich studiere die Alchemie. Sie offenbart ungeheure Kräfte. Alchemie? Dann musst du schlauer Bär sein, richtig? Falsch, aber ich kenne ihn. Er ist zur Käfersteppe aufgebrochen. Falls du ihm folgen willst, solltest du eine weitere Formel an dich nehmen. Die Alchemie ist sehr mächtig. Man nimmt ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und zapp! Es ist wie Magie. Lass mich dir die Schlammbombenformel überreichen. Es ist eine effektive Waffe. Schlammbombenformel. Dafür brauchen wir zwei Sachen insgesamt. Gegner werden vollgeschlammt. Okay. Du brauchst nur einen Kristall und ein Stück Lehm miteinander vermischen. Möchtest du Zutaten kaufen? Ja, bitte! Wachs! Okay. Fünf Stück kosten 80 Krallen. Hier 60 für Kristalle. 30 für Wasser. Und 60 für Öl. Jeweils fünf Stück. Aber das möchte ich jetzt. Also Öl, Wasser sowieso nicht. Da haben wir 37. Kristalle haben wir 7. Wachs und Öl. Wir haben viermal Wachs. Cool. Das heißt, wir können jetzt dreimal den Feuerballzauber machen. Und siebenmal Öl. Aber nein. Oder? Doch, Leute. Ich glaube, ich möchte von allem einmal was kaufen. Also Öl. Wachs. Kristall. Und einmal Wasser auch. Einfach so. So. Möchtest du den Spielstand speichern? Gute Idee. Überspeichern. Okay. Ja. Auf Wiedersehen. Wasser gefunden. Wasser. Und Lehm. Cool. So. Und die findet wieder was. So. Der da oben ist mir jetzt egal. Der da rechts ist wieder da. Au. Erwischt. Oh, da ist was. Ein Blatt. Hat er noch nie was gefunden? Nein. Wir sehen mir wieder den hier oben. Daneben, Mist. Der ist hinüber. So. Und du kommst hier auch weg. Okay. Dann halt nicht. Vier Topfen Wasser gefunden. Wachs gefunden. Nein, das ist nichts. Okay. Hier geht es auch nicht weiter. Ging es da oben weiter? Das weiß ich gar nicht. Aber moment mal. Hier geht es ja gar nirgendwo mehr weiter. Also muss es da oben weiter gehen. Ja. Muss. Blödes Moskito. Viech. Erwischt. Öl gefunden. Gibt es hier vielleicht was? Leben gefunden. Au. Wir sind fast hinüber, Leute. Öl gefunden. Öl gefunden. So, du bist weg. Nein, Hundi. Wobei es Hundi wesentlich besser geht als uns. Ich glaube, Hundi hört jedes Mal auf zu suchen, wenn er einen Gegner sieht. Wachs gefunden. So, jetzt wollte ich ihn da unten noch weiter sehen. Ach, achso, okay. Hier gibt es sonst nichts. Halt. Doch. Asche gefunden. Sehr schön. Daneben. Ich bin der rechte. Ja, volles Leben haben wir wieder. Kommen wir da irgendwie ran? Oh, Leben gefunden. Super. Öl gefunden. Ich weiß noch immer nicht, wie man den Zauber spricht. Wurzel gefunden. So, also hier müsste es jetzt eigentlich weitergehen. Uh, was haben wir denn da? Au. Blatt gefunden. So, der ist besiegt. Das auch. Und hier hat was gerochen. Wachs. Und ein Kristall. Juhu. geht's. Ich bin Kind. Mountain movie. Hupe. Ich bincorn. Ich bin adventurous. Ich bin hypotheses.